Ja, du bist gestorben! Du bist ganz elendig und grandios krepiert. Auf Pizzi ist das Beste, habe ich mir Überblick. Das würde ich jetzt auch sagen, wenn man... Hm, Genossen. Du Eidgenossen. So werden dich weiter genannt. Wie viele Minuten haben wir denn schon? Auch 1 und 15, der ist ja doch ein bisschen was zu einer Stunde Zeit, doch. Die Mektion auf jeden Fall auch noch. Bevor wir unser Werk erstmal hier beküren, dass wir hier wieder vollbracht haben als NSR. Ich lasse ihn überstehen, ich kann nämlich am besten Scheiße labern. Richtig! Es ist, äh, dafür bin ich bekannt. Ich bin aber nicht zu mir in die Übersicht. Ich weiß nicht, er hat er das gesoffen, er hat bestimmt wieder ein Rottpel getrunken gemacht. Was ist hier? Ich bin schon wieder. Ja, lass ihn doch wieder einfach töten. Und zwar grümmel ich genau in den Bus. Genau. Grümmel ich einfach in den Bus, bleiben nach und dann... ...muss er einmal kurz hoch, schießt auf einen. Ey, die sehen dich. Woher sehen die dich denn bitte? Das ist doch ein Witz, oder? Oder was? Oder wie? Oder was? Oder wie? Oder wie? Ach du heilige Scheiße. Willst du mal gut anschießen, oder geht das hier nicht? Das ist nicht auf der anderen Seite, oder? Dann sind wir ja lustig. Okay. Okay. So geht's natürlich auch. Oder hast du was gefunden? Bewegung! Ach, nur noch die P90. Da hast du die gerade genommen. P90 ist geil, eigentlich. Das war erstmal aus der Hüfte geschossen. Ganz locker erstmal aus der Hüfte schießen. Was ist denn da? Panzerfaust. Boom! Flatsch! Du bewickst dir jetzt mal ganz geschmeich aus der Schussbahn. Klar! Der ist tot. Unser? Nein! Siehst du das nicht, du hast da... Siehst du nicht? Siehst du nicht, ne? Nein! Du... Wladimir! Nein! Was siehst du? Wladimir! Komm Wladimir! Ich helf dir! Was hat der denn? Ach, der hatte eher... Ach, der hatte eher... Boah! Wladimir! Ich glaub das wird nichts mehr. Der hat's hier nicht. Der ist ein Fick und fertig, oder? Ja! Auch! Der sieht nicht gut aus. Muss einer so weiß sein? Hm. Okay, ein Russki ist schon mal tot von uns. So. Da ist er doch! Fang ihn doch, Mann! Einfach ruhig springen hier. Musst du auch, oder? Wen wollte der denn eigentlich fangen? Was soll man mit den Laden? Acht! Um acht? Ja, um acht. Dann ist es zu spät. Na, meinst du? Ah, jetzt speichert er erstmal. Jetzt wird er sterben. Nein! Nein! Ach! Wer ist denn du? Wo kommst du denn auf einmal her? Ich weiß nicht noch vom Zug, Mann! Hm. Okay. Okay! Da ist er aber nicht match. Der müsste ja auf den Schienen liegen und nicht zwischen den Schienen. Was cool ist Das ist doch keine Atombombe. Bitte dich. This is the end! This is the end of the world! You know? Ja, geil! Ey, gibt es nicht! Donnerlauf! 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 Passt noch rein! Was? Passt noch einiges! Aber jetzt sollten wir schon über der Hälfte sein, oder? Ja, schon über der Hälfte! Bald? Nee, noch nicht! Ich meine, da kommen nur so ein paar Sachen im Dunkeln und so ein Scheiß, 87 Gerät mäßig und so was! Ach, also Splinter Cell mäßig! Na, jetzt müsst ihr es hier laufen lassen, ey! Ja, du bist auch so ein Laufenlasser! Explosionsort, da die Euronext Börse! Wie fühlt sich das an? Ich fühle mich gleich heute das! Ihre Spitze hat echt noch kranker, als euch nachgesagt wird! Ich will verhindern, dass das gleiche in New York passiert! Wer glauben Sie hat das getan? Sagt! Hi! Hier sind Sie hier zu Hause! Hier zu Hause! Ja, seit kurzem! Ja, seit neuestem Arbeiten! Ja, seit kurzem! Ja! Ja! Es interessiert uns! Lasst uns überlegen! Null! Und das ist noch viel! Ja! Und ich könnte jetzt X drücken, aber ja, ich darf nicht oder soll nicht! Aber könnte ich eigentlich mal tun jetzt! Nein! Ja! Wir können das natürlich hören! Hören! Ja! Wir hören auch so viel! Ja! Wir hören natürlich nicht so, weil uns das nicht interessiert! Wie wir gerade schon gesagt haben! Euch könnte es vielleicht interessieren, deswegen lassen wir es laufen! Uns interessiert nur das Geballer! Ja! Hauptsache einfach durchdrücken! Ja! Die R1-Tasse wird gerade vergewohltätigt! Vergewohltätigt! Oh, wo sind wir denn? Hier! Ja! Hör mal! Ey, Crocodile Dandi ist da! Also ich nehme das Dingesauerein, Pfeife! Das ist Crocodile Dandi! Das ist Marmeladenglas mit Honig! Hier! So! Wer bist denn du? Das sieht nach was aus! Ja! Das sieht nach Action aus! Das sieht nach Panzerübermacht aus! Guck mal, wie viele das sind! Wenn einer Premium hat, der kennt bestimmt Panzerübermacht! Und so sieht das aus! Jonathan Miller wieder! Ne! Den hatten wir noch gar nicht, den Jonathan! Aha! Aha! Wie ein Panzerübermacht! Was ist denn? Panzerübermacht der spätze Hauptsache, die Panzer! Aha! Das ist ja was für mich! Da ist so wie Eroberung nur mit Panzerhalt! Also mit vielen Panzern! Da ist so wie Eroberung nur mit Panzerhalt! Also mit vielen Panzern! Mit vielen, ganz vielen Panzern! Vielen, ganz vielen Panzern! Aha! Entschuldigung! Das, wenn wir die Story durchschauen, werden wir auf jeden Fall noch Multiplayer spielen! Ja! Hundertprozentig! Da werde ich Ihnen erstmal zeigen, wie man online spielt! Nicht natürlich! Hier! Ja, der kann ja jeder! Also jetzt nur mal so für die Leute, die jetzt erst dazugekommen sind! Ihr müsst euch ein paar Videos davor mal angucken! Das Spiel unter anderem auch eher mal kurz! Warte! Ich zeig euch nicht! Und ich will nur mal eben sagen, entweder ihr guckt es! Also ich würde euch sagen, lasst es, weil es ist einfach nur lächerlich! Ich war noch nicht warm! Ach! Hab meine Finger noch nicht eingerichtet! Ja, ja, ja! Richtig! Ach, jetzt darfst du lenken! Aha! Möchte ich jetzt aber mal was sehen hier! Du sollst nicht rückwärts fahren! Du sollst vorwärts! Tue ich! Ja! Rauchbereit! Was für'n Rauch! Findest du das nicht! Ach, Hilfe! Hier! Hier Rauch! Ja, klackig! Hier Rauch! Hier Rauch. Hier Rauch aber! Genau! Mal schlinken, was hier so abgeht! Ich würde mal zu vielen Kollegen in mir schießen! Und die ist er denn drauf! Kaviarwüste! Wo sind wir denn hier? Ja, da hinten würde ich mal drauf schießen! Am besten nicht stehen bleiben! Alter, seid ihr besossen oder was? Ja, die machen sich praktisch ziemlich fertig, würde ich mal sagen, oder? Ja, was habt ihr eigentlich wieder entfahren müssen? Ja. Schießt du? Er schießt. Jawohl, noch zwei. Schön, noch eine. Weil normalerweise sind nach einem Schuss ein Prenzern und ich kaputt. Die Witz für ihn. Das war jetzt... Oh. Hast du das? Nee, war... Ah, die haben einen getötet. Ja, toll. Der ist auch mal stehen geblieben. Aber wenn man stehen bleibt, ist man ein größeres Ziel. Irgendwas auch. Und angreifen und zerstören. Verstanden. Entweder 3-1, wir sehen über Scherrwomel feindliche Insignaturen. Auf Wege oder was schießen die denn jetzt? Keine Ahnung. Thermalsicht eingeschaltet. R3. Aha. Da hinten. Der ist, äh, nicht kaputt. Jetzt ist er kaputt. Da. Das sind meine Stürzen. Ach, Schrotthaufen. Was ist denn da? Der Film ist freigeschaltet. Der Mist. Einen Schrotthaufen hast du ihn bestimmt wieder gekauft. So wie ein Gran Turismo 5. Sagt mir der, der bei Forster 4 auf Xbox mal eben abkackt. Oder bei Forster 3. Ja, ja. Der hat doch ganz leuer gespielt. Wir hatten immer schlechteren Autos. Ja. Weil wir beide den gleichen gefahren sind. Richtig. Ja. Und du mal wieder keine Chance hättest, weil da kam dann eine Kurve, wo du natürlich wieder... Ja, er lügt wieder. Ja, er lügt wieder. Ja, er lügt wieder. Wollt du mir auch so einschießen? Also das Wind geht, glaube ich, nichts. Außer, als du diesbezifiziert wirst. Und fährst du nicht weiter? Wollt alles stehen. Ja, du musst ja nicht alles tun, was alle machen. Könnt ihr mal ein Ausreißer sein. Und gegen 8. Was spielt denn jetzt? Ach so, auch so Luft wieder. Geil. Ach, du musst deine Panzersmaschine schützen, ne? Anvil. Ich muss gut, wo es hier abgeht. Ein Bienenstock ist da. Luft, ja, mach mal. Anvil 3 1, wir markieren eure Stelle. Luftnahunterstützung ist in 5 Sekunden da. Oh. Los geht's. Mal gucken, ob die zwei allein treffen, wo du andere geht, seht das. Super 1 1, Bulldog 3 3. Einsatz abgeschlossen. Minimale Schäden an feindlicher Position. Sieht nicht so aus, würde ich mal sagen, oder? Ich nehme schon, wo es regressiert. Verstanden, 3 1. Werde Ultra 3 4. Schieß doch keiner mehr. Und zu fertigen Neuangriff vorschlagen. Für um Ende muss ich eventuell darum kümmern. Ach, das ist doch scheiße. Musst du einmal Dreieck drücken und alle werden Matsch gemacht, oder was? Ja, sicher. Wäre egal, wenn das ein Multiplayer ausüben würde, oder? Ja, das wäre das... Dann würde ich immer Multiplayer spielen. Ja, dann spielst du wieder normal. Als keine dicke Wumme. Drück doch mal Vollgas. Das war's. Bewegung. Bewegung. Sie bewegen? Nein, Bewegung. Nein, wir können es dir. Boah. Boah. Boah, wie ist denn das? Wir schießen ja alle nur knapp an Neuangriff vorbei. 54 kmh fährst du? Boah. Raser. Ist das unser Neuangriff? Doch. Wie sieht doch wieder unseren aus. Ja, der Hauptseite. Woher? 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 Was ist denn hier mit seinem Kopfgeschütz da? Schieß mal lieber die weißen Abwehr. Und was trifft die wohl? Das werden wir jetzt mal sehen. Aha, das ist unbeschützt. Guck mal, das ist denn von Zweck. Streift uns, streift uns. Und wir den ganzen Pferd aus. Oh. Scheiße, Alter, hinaus. Geil. So geht das. So geht das und nicht anders. Weiter vorrücken, Jungs. Oh, verdammt der Scheiße. Sind das unsere Neuangriff? Siehste, würdest du mal den Akku aufladen? Verstand nicht. Wie schnell die sich eingeholt haben, wa? Ja. Dr. Turbo. Wie mein ich? Nicht. Hier. So läuft jetzt diese Lotte hier. Ach doch, da ist einer. Boah. Knapp. Oh, noch einer. Würden die das mal da wegmachen? Und das weißt du doch schon längst. Jetzt kannst du aber wieder bestraunigen. Was machst du denn da? Alter, du schießt denn da auf mich? Dinges. Alter Schwede. Okay, dein Panzer ist gleich kaputt. Und du damit. Können die anderen auch mal was machen? Ich weiß nicht, wie ich den Rauch anmache. Mit R1? Weil er zu mir ist, aber mal Rauch an. Der macht doch ne Zigarette an. Gebt nicht. Ja. Soll ich dir das zeigen? Nein. Du kannst es eh nicht. Jetzt ist er eingeschnappt. Jetzt ist er eingeschnappt. Du kannst es eh nicht. Ja, ja. Das sagt er jetzt, damit er sich besser fühlt. Du musst du der sich machen. Warum? Das ist gut wie der sich da. Das ist viel cooler. Ach, viel sich der cooler. Druck mal R1. Ja, druck mal L1. Druck mal R1. Warum geht die hier auch nicht? Musst du gleich mal lesen, dann. Geht bestimmt dann gleich rechts irgendwo. Wo? Du willst ja aufhinter gehen. Mich safe. Glaube ich nicht. Aber wie ihr seht, er kann auch mal fehlen. Das ist erfreulich für mich. Das freut mich wieder. Pass auf, und dann gleich kommen 5 Stück. Weil er euch nämlich den Hinterhalt noch fehlt. Links gleich links. Warte, er auch. Was sind denn für Abstände? Das ist doch gar nicht. Greif den Kampf an. Schießt doch viel zu hoch. Dass sie ja noch die Entfernung treffen, ist ja schon erstaunlich, oder? Da können wir stehen. Alter, das sind viel zu viele. Da gibt's nur eins. Flucht nach vorne, oder? Alter, du kannst mir doch nicht ernsthaft erzählen. Aber steck dich auch in deinem Bär. Ach, da darfst du gar nicht. Und ziemlich fest. Aber es ist jetzt gut, jetzt ist dein Panzer gleich wieder. Ja, da kommen wir. So. Schieß dir doch da, ab den. Schieß dir doch den, ja. Das ist doch meine, oder nicht? Nein.